Wir haben einen tollen Wettkampf vorbereitet, ein Triathlon, also ein Dreikampf. Der besteht aus Kartfahren, Adventure-Golf und Bowling-Wettbewerb. Wir haben hier, fangen wir beim Kartfahren an. Jeder hat hier 20 Minuten Zeit, ein sogenanntes Qualifying zu fahren. Jeder hat schon mal von 1 geschaut, Qualifying ist ein Zeitrennen. Das heißt, da geht es nicht darum, wer 1.2.3 in der Position wird, sondern wer in den 20 Minuten die schnellste Runde gefahren hat. Die wird gemessen. Wir messen von jedem Fahrer die drei schnellsten und nehmen daraus das Mittel. Und beim Adventure-Golf, das ist ein bisschen eine erweiterte Form von Mini-Golf, anspruchsvoller. Hier ist ein 14-Loch-Golf-Platz, klassisch. Da spielen wir natürlich die Paar-Vorgabe. Beim Bowlen. Die Bowlerinnen, wissen wir, spielen ein Frame, das besteht aus 10 Spielen. Beim Bowlen. Die Bowlerinnen, wissen wir, spielen ein Frame, das besteht aus 10 Spielen. Wir haben das komplette Buffet unten aufgebaut und den Fingerfood-Bereich gedoppelt für hier oben. Kargfahren haben wir schon oft mit Kunden gemacht. Aber jetzt in der Kombination Mini-Golf, Kartfahren und dann zum Abschluss Bowlen, inklusive dann natürlich jetzt noch Verköstigung, ist eine gute Geschichte. Ich feiere heute meinen 40. Geburtstag mit meinen lieben Freunden. Acht Freunde sollt ihr sein. Drauf gekommen bin ich, da ich hier mit der Arbeit schon mal ein Event hatte und die Go-Kart-Runde gefahren bin und mir das Spaß gemacht habe. Ich habe gedacht, ich muss was Spezielles für meine Freunde auch bieten. Einen unvergesslichen Abend und ich denke, den haben wir geschafft. Musik 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.